Hey, in diesem Video werde ich dir zeigen, wie du deine Apple AirPods mit deinem Mac beziehungsweise MacBook verbinden kannst. Zur Demonstration nutze ich einen iMac Ende 2015 mit der macOS-Version 12.6.1 sowie die Apple AirPods Pro der zweiten Generation. Um die AirPods zu koppeln, klicke auf die Bluetooth Systemeinstellungen, indem du mit deiner Maus oben links in der Menüleiste das Apple Logo anklickst, klicke hier auf Systemeinstellungen, hier wählst du den Reiter Bluetooth. Sollte Bluetooth bei dir deaktiviert sein, kannst du das hier aktivieren. Nimm nun deine Apple AirPods, öffne das Ladecase. Hinten auf der Rückseite findest du den Setup Button, den gedrückt halten. Na, du siehst, die LED blinkt. So da deine AirPods angezeigt werden, klicke auf den Button verbinden. Du kannst nun entscheiden, ob du die Hey Siri Funktion mit nutzen möchtest. Mit einem Rechtsklick auf deine AirPods kannst du weitere Funktionen nutzen, so zum Beispiel die AirPods umbenennen, aber auch wenn du hier auf den Button Optionen klickst, kannst du weitere Funktionen und dementsprechend Optionen auswählen. Kleiner Tipp, aktiviere die Checkbox hier unterhalb Bluetooth in der Menüleiste anzeigen, denn dadurch wird in der Menüleiste das Bluetooth Symbol angezeigt, sodass du einen schnellen Überblick über deine Geräte hast. Du kannst nun deine Apple AirPods mit deinem Mac bzw. MacBook verwenden. Dann komme ich auch schon zum Ende des Videos. Wenn dir das Video weitergeholfen hat, zeig mir das, indem du Daumen hoch bzw. Gefällt mir klickst. Solltest du Fragen haben, stell die mir einfach in Form eines Kommentars. Ich werde dir wie immer Zeit eine Antworten. Ab und nicht vergessen, die Glocke aktivieren und dann sehen wir uns definitiv im nächsten Video. Ich sage erstmal Tschau und bis zum nächsten Video. Machs gut!